Hallo zusammen! Nur eine kleine Information, denn morgen kommt um 19.40 Uhr eine Dokumentation auf Arte, und zwar Abitur unterm Halbmond, 150 Jahre deutsche Schule in Istanbul. Ich denke, viele von uns wird das interessieren. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, in der Mediathek, denn ich habe keinen Fernseher. Hier steht, dass die Dokumentation vom 15.08. bis zum 12.11.2018 verfügbar ist. Ihr könnt sie auch noch nachträglich anschauen. Mal sehen, wie sie sein wird. Ich hoffe gut, ich hoffe informativ. Ja, das war es auch schon gewesen. Macht's gut!